Im heutigen Markeflüster geht es um Gold und den Taper Talk, der heute zwischenzeitlich die Aktienmärkte ein bisschen erschreckt hat. Ich beginne mit Gold, dann komme ich zum Taper Talk und dann geht es am Schluss nochmal um das gelbe Edelmetall. Und diejenigen, die da long investiert sind, die waren so ein bisschen frustriert. Das hat man in vielen Kommentaren gemerkt, denn die Rohstoffe insgesamt schießen durch die Decke. Lampenbauholz, wie ich immer wieder gerne betone, aber Kupfer, Eisenerz, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Massive Zugewinne fast aller Rohstoffe, nur Gold bleibt zurück und Orangensaft. Aber Gold, das hat viele richtig genervt, das hat viele richtig frustriert. Aber jetzt ist plötzlich etwas passiert. Wir sehen, dass der Goldpreis über den Widerstand von 1.800 Dollar geschossen ist und endlich ein bisschen mitmacht aus Sicht der Goldbohlen. Bei dieser massiven Rohstoff-Rallye, die derzeit ja der Fall ist, warum Gold so gestiegen ist, das will ich am Schluss zeigen. Komme allerdings erstmal zu dem Taper Talk, aber da gibt es eben einen Zusammenhang zwischen dem, was bei Gold passiert ist heute und dem Taper Talk. Fangen wir doch mal mit diesem Taper Talk an. Und da sehen wir den Übeltäter, erneut den Übeltäter. Das ist Robert Kaplan von der Dallas Fed und der hat ja das böse T-Wort in den Mund genommen. Es gibt ja das Z-Wort, das Zinsen-Wort, das hat Janet Yellen schlimmerweise genannt. Das hat die Märkte ganz schön durcheinander gebracht. Und Robert Kaplan hat heute das böse T-Wort gesagt, nämlich Taper Ring. Und das bedeutet die schrittweise Reduzierung der Anleihekäufe durch die Fed in Richtung Null. Das bedeutet also, das sogenannte Quantitative Easing würde aufhören. Und warum sagt er das? Er sagt, ja, die Inflation. Und damit widerspricht er dem Mantra, das Schirumi, Paul und andere immer wieder wiederholen, nämlich, dass die Inflation transitory sei, dass sie also vorübergehend sei. Und Kaplan sagt, naja, kann sein, dass das nicht der Fall ist. Denn, erstens, wir haben Strong Demand, starke Nachfrage, die könnte anhalten. Und vor allem, zweitens, wir haben sogenannte Labor Shortages. Das heißt, die Firmen sind krampfhaft, fieberhaft auf der Suche nach Arbeitskräften, finden diese eher nicht, müssen dann höhere Löhne zahlen, müssen höhere Vergütungen anbieten. Ich hatte mehrfach schon gesagt, dass viele US-Unternehmen ja teilweise schon Prämien zahlen, wenn jemand überhaupt zum Vorstellungsgespräch erscheint. Die Amerikaner sind noch ziemlich gestopft mit ihren Stimuluschecks. Da kann man noch ein bisschen zuwarten. Da lässt man noch mal vier Grade sein und denkt sich jetzt, wo die Wirtschaft wieder aufmacht, wo das Leben wieder beginnt, muss ich ja nicht gleich zur Arbeit. Und dann hat Robert Kepler noch gesagt, ja, wir sollten die Diskussion über dieses Daybrain eher früher als später beginnen. Denn diese Bond Buying can create Excesses and Imbalances. Die kann also Exzesse und Ungleichgewichte erzeugen. Dann welche Exzesse? Dogecoin und diese Geschichten, das sind doch keine Exzesse, meine Damen und Herren. Das sind dauerhaft hohe Plateaus, die offenkundig die Finanzmärkte erreicht hat, um einen berühmten Notenbänker zu zitieren. Kurz bevor dann die Weltwirtschaftskrise 1929 die Aktienmärkte zum Crashen brachte. Und er sagt, Financial Market Excesses and Imbalances can jeopardize the Fed's goals. Kann also die Ziele der Fed praktisch konterkarierend zunichte machen, nämlich Preis, Stabilität auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch einen guten Arbeitsmarkt. Warum kann das der Fall sein? Weil wenn die Blasen zu groß werden und dann irgendwann platzen, denn die Blasen haben die Tendenz irgendwann zu platzen, dann hat das meistens Auswirkungen auch auf die Realwirtschaft. Dann verlieren sehr viele Leute Geld, dann setzt du einen Abwärtszyklus ein. Genau das ist doch der Punkt, der nach meiner Auffassung extrem kritisierenswert ist bei der Fed-Politik. Sie schafft im Grunde Blasen, sieht zu, sagt sich aber, naja, solange es nicht wirklich schadet und dem Arbeitsmarkt hilft, etwa der Wirtschaft hilft, dann können wir das ja mal im Kauf nehmen. Aber was passiert, wenn diese Blasen platzen, dann ist meist Ungemach angesagt, dass man dann möglicherweise mehr verliert aus Sicht der Fed, als man vorher durch eben diese exzessive Geldpolitik gewonnen hat. Und die Aktienmärkte waren not very amused. Wir sehen hier, da ging es, als Kepler und diese Aussage tätigte, wieder nach unten. Und die Wall Street ist so ein bisschen allergisch auf diesen Taper-Talk, ist schon allergisch auf diese ganzen Zinsgeschichten, die Janet Yellen nicht aufs Tapet gebracht hat. Sie hat gesagt, ich habe ja da gar keine Prognose gemacht. Ich mache niemals Prognosen, außer über die Zukunft, hat sie gesagt, gell? Aber gar nicht in Sachen Zinsen. Und dann haben sich die Märkte wieder ein bisschen entspannt. Und jetzt kommt der Nächste um die Ecke mit dem Taper. Das ist also sozusagen immer dieses Damoklesschwert, das jetzt über den Märkten hängt. Und wahrscheinlich verhindert, dass wir jetzt impulsive Rallys nochmal sehen nach oben. Es kann durchaus weiter nach oben gehen. Aber vielleicht ist da so ein bisschen der Deckel drauf, weil man immer wieder fürchten muss, naja, diese Diskussion, die kommt. Die kommt vielleicht auf der Sitzung im Juni. Das ist einer der Erwartungen. Oder FED-Sitzung im Juni. Oder sie kommt dann in Jackson Hole im August. Da gibt es große Wetten, die auf Jackson Hole jetzt setzen und sagen, dass die Fed dann praktisch ihren Abschied aus der ultralachsen Geldpolitik verkündet. Wenn wir verstehen wollen, warum die Märkte so allergisch auf Kaplan reagieren, dann müssen wir auch die Aussagen von Rosengrain, von der Boston Fed, mit ins Kalkül nehmen. Und der hat gesagt, ja, okay, vielleicht könnten wir, weil der Hausmarkt, der US-Mobilmarkt so busy, wo es überhitzt ist, vielleicht könnten wir da immer die Käufe der sogenannten Mortgage-Backed Securities zurücknehmen. Denn also praktisch eben jene Hypotheken-Besicherte Anleihen etwas weniger kaufen. Uiuiui, das ist also eine Art de-Tapering jetzt im Immobilienbereich. Die Fed kauft ja verschiedene Klassen von Anleihen. Eine Klasse davon sind diese sogenannten Mortgage-Backed Securities. Damit versucht man sozusagen die Zinsen, die Hypotheken-Zinsen nach unten zu drücken, damit jeder sicher Häuser kaufen kann. Und das ist ja sehr, sehr deutlich und häufig passiert, dass die Leute wie wild versuchen, Häuser zu kaufen, auch weil sie denken, naja, solange die Leitzinsen noch so niedrig sind, solange die Renditen noch so niedrig sind, dementsprechend die Nachfrage nach Lampa, nach Bauholz. Man liest jetzt auch in Deutschland immer mehr Berichte. Da haben Leute ein Holzhaus gekauft. Das sollte ein Holzhaus sein. Und dann sagt praktisch der Bauherr, ich kann dir das für die Kosten gar nicht bauen, weil eben dieses Bauholz so massiv teurer geworden ist. Also das hat Auswirkungen bis zu uns. Und TaperTalk eben auch wieder in diesem Kontext. Die Bank of England hat so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein Mini-Taper gemacht. Sie hat nämlich gesagt, wir werden die wöchentlichen Anleihekäufe ein bisschen reduzieren. Daraufhin stiegen die Renditen für die UK-Staatsanleihen doch relativ deutlich. In der Summe ist es eigentlich egal. Eigentlich wollte die Notenbank, die englische nämlich, wollte im November fertig sein mit diesen Anleihekäufen. Jetzt wird man erst im Dezember fertig. Also man streckt die Periode nach hinten, indem man jetzt pro Woche ein bisschen weniger kauft. Aber Taper ist Taper, sagt sich. Nicht mancher. Aber dann hat sich Bailey von der Bank of England eben hingestellt, ja, also dieses Announcement ist not tapering. Es ist nicht tapering. Und Janet Yellen wollte ja auch nicht sagen, dass die Zinsen vielleicht angehoben werden sollten. Nein, meine Damen und Herren, das haben Sie also völlig verstanden. Oder wenn Sie glauben, mich richtig verstanden zu haben, dann habe ich mich unklar ausgedrückt, wie einst der Greenspan ja gesagt hat. Gehen wir weiter. Warum ist möglicherweise diese Inflation nicht transitory, nicht vorübergehend? Hier sehen wir United Labour Costs Growth. Das ist also praktisch das, was vor allem kleinere Firmen melden, was sie für Kosten für ihre Arbeitnehmer haben. Und wir sehen, das geht steil nach oben. Und normalerweise folgen dann eben die Verbraucherpreise, ob in der Kernrate, im CPI, also in der herkömmlichen Verbraucherpreiseberechnung oder im PCI, in der Personal Consumption Expenditure, die von der FED noch mehr beachtet wird, ist aber mehr oder weniger dasselbe. Das eine gibt es nur in der Kernrate, das andere gibt es in der Kernrate und ohne Kernrate schwamm drüber. Jedenfalls dürfte das darauf hindeuten, dass die Inflation eben doch stärker ansteigt, weil eben das fehlende Puzzleteil nach dem Anstieg der Rohstoffpreise, dann eben auch Anstieg der Löhne, Anstieg praktisch der Gehälter und das ist dann der Mix, der normalerweise dann die Inflation kompliziert. Und in Sachen Inflation sehen wir den sogenannten City Inflation Surprise Index. Die City hat ja einen Economic Surprise Index und einen Inflation Surprise Index, also praktisch immer die Abweichung von der Erwartung. Und wir sehen, dieser Index, der schießt ganz schön nach oben, weil die Inflation eben noch stärker gestiegen ist zuletzt, als man ohnehin erwartet hat. Und hier sehen wir auch nochmal diesen Vergleich etwa mit den Zahlen gestern aus dem ISS, Services, also Dienstleistungseinkaufsmanager Index, da sind die Preise massiv nach oben geschossen und normalerweise ist das ein Früh in die Karte dafür, dass auch dann die Core PCE, also die Verbraucherpreise, PCE, Personal Consumption Expenditure, dass die auch mit den nach oben gehen. Also alles deutet darauf hin, was Kaplan richtigerweise gesagt hat, eben Labor Shortage, all diese Dinge dürften dafür sorgen, dass wir eben nicht Transitory Inflation haben, sondern eine eher dauerhafte Inflation zumindest, etwas länger als die FED glaubt. Ob das jahrelang besteht, das muss man noch sehen. Und auch wichtig vielleicht in Sachen Tapering, Jerome Powell hat ja gesagt, immer wieder bei Pressekonferenzen, der Arbeitsmarkt, der Arbeitsmarkt, der ist ja noch weit, weit entfernt. Jetzt haben wir heute die ersten Anträge auf Arbeitslosenhilfe bekommen, erstmals seit Ausbruch der Corona-Krise unter 500.000, allerdings waren die Continuum Claims, also die fortgesetzten Anträge, über der Wartung, also schlechter als erwartet, da scheint der Abwärtstrend erstmal erledigt zu sein. Aber sei es drum, da kommentiert eben mancher auch schon, the FEDs rapidly running out of plausible excuses, also die finden langsam keine Entschuldigungen mehr dafür, warum sie eben diese ultralachse Geldpolitik beibehalten, beibehalten, Arbeitsmarkt wirklich eben sehr zentral in der Argumentation der FED. Und jetzt haben wir morgen natürlich die großen US-Arbeitsmarktdaten, da wird fast von jeder großen US-Bank erwartet, dass über eine Million Stellen dazukommen. Naja, das muss man dann mal begründen. Wir sehen das auch auf anderen Seiten, zum Beispiel hier auf Indeed, dieser Job-Plattform, die vor allem in den USA sehr stark ist, aber auch in Deutschland durchaus präsent ist. Hier haben wir mal die Change, also die Änderung, wie das so abgelaufen ist, wie viele Stellenanzeigen gibt es da eigentlich. Und wir sehen klare Einbau in der Corona-Krise um 40% teilweise gefallen, aber jetzt sind wir über 20% über dem Niveau von vor der Corona-Krise. Also man sieht die Unternehmen suchen, 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 suchen. Und das deutet darauf hin, dass wir möglicherweise schon eine sehr, sehr starke Zahl morgen bei den US-Arbeitsmarktdaten sehen. Wenn wir die ganze Geschichte jetzt mal übergeordnet uns betrachten und die Frage stellen, ja, wir haben ja jetzt durch KI, durch all diese ganzen technologischen Fortschritte, was bedeutet das eigentlich für wen, was bedeutet das für die Arbeitnehmer? Und wir sehen, dass je höher die Bildung ist, umso mehr profitieren die Leute davon, durchschnittlich gesehen. Graduate Degree, also praktisch ein Universitätsabschluss, wenn man so will. Bachelor's Degree, dann schon deutlich weniger. Some College, also ein bisschen irgendwie ein College, schon deutlich weniger. Highschool-Grad oder Highschool-Dropout, also die nicht mal die Highschool beendet haben, das muss man erst einmal schaffen in den USA, gell? Das ist gar nicht so einfach. Jedenfalls sehen wir ganz klar, je höher die Bildungsstufe, umso höher die Chancen, in einer sich so stark wandelnden Arbeitswelt auch weiter gut aufgestellt zu sein, das nur nebenbei. Jetzt kommen wir zu den Aktienmärkten. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass die Märkte zunächst mal sehr verschnupft reagiert hatten auf die Aussagen von Kepler und dieser Zusammenhang zwischen den Aussagen und dem Abverkauf, dem zwischenzeitlichen Abverkauf in Anführungszeichen. Der war recht deutlich. Dann eine Erholung, mal sehen, wie weit die geht. Aber wir sehen, in den letzten vier Tagen hat der Nasdaq ziemlich genau das gemacht, was die zehnjährige Staatsanleihenrendite gemacht hat. Wenn also da Rendite nach oben gegangen ist, und das ist hier invertiert, also genau andersrum, dann ist der Nasdaq in der Unternie jangen. Und andersrum, wir sehen also, diese Korrelation ist wieder vorhanden gewesen. Und wir sehen, dass ja vor allem diese unprofitablen Tech-Unternehmen nicht mehr so wirklich gut laufen. Cathie Wood, ARK, meine Lieblingsinvestoren, hier sehen wir, da gab es jetzt ziemlich massive Ausflüsse aus ihren Fonds, der ARK Innovation unter die 200-Tages-Linie gefallen. Also das ist durchaus jetzt eine schwierige Phase für Cathie Wood. Da muss langsam eine Drehung her, sonst wird es ungemütlich. Und wenn wir von Cathie Wood sprechen, dann müssen wir auch von Tesla sprechen. Da gab es heute die Jubelmeldung bei Electrek, einem Magazin im Netz, das vor allem auf Tesla spezialisiert ist. Und da hat angeblich Tesla seinen Angestellten gesagt, also die Nachfrage nach unseren Autos, die schießt durch die Decke. Also die kannst du gar nicht mehr klassifizieren. Already sold out this quarter, also mir ist dann schon ausverkauft, in diesem Quartal haben sie gesagt, angeblich. Jetzt schauen wir mal auf die Zahlen, zum Beispiel in Deutschland, da hat man über 400 Autos verkauft, also total ausverkauft. Da kommen die gar nicht hinterher mit der Produktion. Man müsste sich mal andere Länder anschauen, kann sein, dass jetzt die Verkäufer in den USA besser laufen. In Deutschland krepst man vor sich hin, immerhin der wichtigste Automarkt. Aber interessant ist, zunächst Tesla vorwärtslich auf diese Meldung hin deutlich gestiegen, 3% im Plus, dann fast 3% ins Minus gerutscht. Jetzt zuletzt mit der Erholung der Märkte dann immer noch ein 3,25% im Plus. Also selbst eine so gute Nachricht, der Wiesmann total ausverkauft, scheint jetzt nicht mehr unbedingt den Kurs nach oben zu treiben. Ebenso wie den Kurs etwa von Amazon und den ganz großen Fangman-Aktien, hier die Meldung, dass Jeff Bezos ja 2,5 Milliarden oder im Volumen von 2,5 Milliarden Dollar seine Amazon-Aktien verkauft hat, also ein Teil davon. Er hat ja ein bisschen mehr. Er muss ja im Gegensatz zu Bill Gates jetzt seine Frau nicht direkt entschädigen. Jedenfalls sehen wir, da hat er ein bisschen was rausgedrückt und insgesamt schon die Fangman-Aktien, 400 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung, verloren. Ich hatte einen der Gründe vielleicht für die Schwäche im Tech-Sektor mal benannt, das ist ein übergeordneter Grund, schwer das wirklich zu klassifizieren. Aber hier ein Artikel bei MarketWatch hat er eben gesagt, hey, es sind die Boomer, die Generationen, die jetzt so langsam in Rente geht, die ihr Geld aus den Märkten ziehen und das werden immer mehr, wie wir hier unten sehen. Das ist eine riesige Kohorte, die sich jetzt langsam, aber sicher aus dem Arbeitsleben verabschiedet und die wollen da keine Risiken mehr eingehen. Die sitzen teilweise auf sehr, sehr dicken Gewinnen und jetzt hat der Joe Biden ja gesagt, Kapitalertragssteuer, die wollen wir mal ein bisschen anheben, gell, auf 39 Prozent und wenn du Pech hast und in New York und Kalifornien wohnst, da kommen dann nochmal lokale Steuern drauf, dann bist du vielleicht sogar bei 52 Prozent und da wird sich der eine oder andere überlegen, naja, bevor das in Kraft tritt, dann haue ich das Zeug mal raus und hier mal eine Grafik über die unrealisierten Kapitalgewinne je nach Alterskohorte, also die unter 35, die haben mehr oder weniger kein Gewinngeld, die spekulieren eher im Kryptobereich, aber je älter man wird, offenkundig umso mehr sitzt man auf unrealisierten Kapitalgewinnen und die Boomer, das sind eher so die 55 bis 64-Jährigen, die scheinen sich da eben jetzt langsam, aber sicher zu verabschieden, die älteren dann sowieso. Jetzt kommen wir nochmal zu die Gold, meine Damen und Herren und dieser Frustration, warum es nur für Gold nicht nach oben ging, aber für alle anderen Rohstoffe und das hängt damit zusammen, dass Gold praktisch 1 zu 1 läuft, wie der Realzins. Der Realzins ist etwa die 10-jährige Staatsanleihenrendite minus Inflation und wir sehen in der mittleren Grafik, das gelbe hier, dass jetzt die Realzinsen deutlich gefallen sind heute und in den letzten Tagen, das ist hier auch wieder invertiert, wir sind jetzt wieder in Richtung minus 1% unterwegs, das heißt die Realzinsen gefallen und die Faustregel lautet, wenn Realzinsen fallen, also Anleiherendite minus Inflation, dann steigt Gold und andersrum, deswegen der Sprung heute über die 1800er Marke und Hannes Zipfel hat bei Finanzmarktwelt einen sehr, sehr interessanten Artikel veröffentlicht, warum der Realzins weiter abstürzt und wer davon profitiert. Da möchte ich Sie animieren, diesen Artikel sich mal zu Gemüte zu führen, ich werde den unter das Video in der Beschreibung direkt verlinken. Das sind sehr interessante Gedanken, was sozusagen diese große Tendenz, dass die Realzinsen weiter fallen, für die verschiedenen Assetklassen bedeuten muss, bedeuten sollte und wie Sie selber sich da positionieren. Wie gesagt, ich packe den Artikel unten rein. Übrigens, der Chart am Anfang von Gold, der war von Capital.com, das habe ich ganz vergessen, aber es ist mir eine Freude, das jetzt nochmal zu betonen. Also Hannes Zipfel, Capital.com, Realzinsen, was haben wir noch? Tepertalk und Gold. Das war so ungefähr die Zusammenfassung des Videos und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend. Servus und ciao.